Mein Name ist Petra Sprecher, ich bin Stuntfrau in Los Angeles, schon seit 20 Jahren. Und zurzeit arbeite ich mit der Rapperin Sweetie an ihrem neuen Music-Video. Und wir beide spielen MMA Fighters und es wird lustig, es wird lustig. Der Video kommt in zwei Wochen raus. Und bevor dem habe ich auf der TV-Serie 9-1-1 Lone Star gearbeitet. Und die Covid-Rules-Regeln sind also sehr, sehr, sehr strikt. Also Maske muss immer getragen werden und das ist nicht mal genug. Man muss das ganze Face-Shield auch noch anhaben. Und dann, wenn du am Set bist, musst du die Maske anhaben bis zu einer Sekunde vor Action. Und dann darfst du sie abziehen und irgendwo schnell, schnell, schnell in deinem Kostüm verstecken. Und bei diesem Musik-Video waren die Regeln ein bisschen lockerer. Niemand hat ein Face-Shield angehabt, aber jeder musste sich trotzdem testen lassen. Also du kommst hier an kein Set ohne negativen Covid-Test. Und das Business läuft sehr gut in Hollywood. Ich habe sehr viel Arbeit, mehr als zuvor. Seit dem September 2020 ist Hollywood wieder back in business. And the people are happy. I'm happy. Ich habe sehr viel Arbeit, coeur.